Liebe Österreicherinnen und Österreicher, am Sonntag finden die Bundespräsidentschaftswahlen ab. Ich bitte Sie, gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, verzichten Sie nicht darauf. Jede Stimme zählt, somit auch Ihrer. Es ist wichtig, dass wir auch weiterhin ein freies Bildungssystem haben, dass es keine Frage der Geschlechter ist, welche Positionen eingenommen werden. Es ist wichtig, nehmen Sie teil und machen Sie Gebrauch von Ihrem Wahlrecht. Dankeschön.